Das ist ja das. Du startest immer f***ig. Du startest halt immer neu. Also ihr wisst, ich war beim Dschungel. Sobald du einmal rausgehst, fangst du wieder komplett von vorn an. Deine Tote und deine Zeit ist gespeichert, aber dein letzter Checkpoint ist fürs nächste Mal... Er war netzlos, nicht gespeichert. So, ein lieber Knopf, der Pinguin. Ja, ganz, ganz ein lieber. Das ist schade. Ha! Das ist ein Angry Pinguin, ein Jump-and-Run-Achschloch. Was? Nope, nope. Was ist schade? Dass es nicht gespeichert wird? Ja. Alter, ich zeichne mich heute schon wieder aus. Verrreck! Ich liebe was. Winter, viel mehr. Du schaffst das. Ja, danke. Leute, die Welt ist so riesig. Das klappt ja gar nicht. Das, was... Wisst ihr, was das circa ist? Darum, was ihr da seht? Super, jetzt springt ja nicht. Das sind, wenn es hochkommt. Alles, was da jetzt seht, sind, wenn es hochkommt, zehn, vielleicht 15 Prozent von der Welt. Das ist kein Scherz. Wie geht's dir mal? Ich spüre Angry Pinguin. Geil, ne? Komperfekt. Ich hasse diese Wolken! Auslaut. Äh, nicht gesprungen. Einfach Bewegungslegistreniker. Was pass? Schade, dass du Daudl nicht auch umfährst wie bei dem Binguin-Helper. Dir hilf ich aber nicht auf. Die lass ich liegen, bis sich der Eisbär vernast, alter. Wie ein Kinder-Binguin, du fettes Stück Sch***e. Soll er die wegsnecken, alter. Hast du eventuell heimlich geübt? Na! Super. Rewage. Der einzige große Unterschied ist, die Checkpoints verschwinden. Dadurch geht's. Er hat einen leichten Modus dem Spiel hinzugefügt. Der Entwickler schaut ja eh fast immer zu, wenn wir spielen. Super, jetzt hab ich's wieder. Der Entwickler von dem Spiel schaut gern zu, weil ich der einzige Tudl bin, der das Spiel mit ein bisschen Reichweite spült. Er hat ja, er hat ja nicht mehr, mehr... Also was ich so gesehen hab, ist das Spiel noch nicht gar so popul... Äh... Was ist denn?! Einer flugunfähig machen, aber dann fliehen können, oder was?! Die Stirn runter vielleicht! Jetzt kommt bei Steis. Jetzt kann ich wieder die Dreckswolken machen, Alter. Ist Schäfermädel. Jetzt kommt bei der Feuerwehr. Der Innen du, ist eher nix mehr. Dann geht's um einen Arzt. Und lass ihn durchputzen, oder bei der Feuerwehr. Weiß ich nicht. Oah! 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 Ich wär halt auch immer besser, ne? Das darf man halt auch nicht außer 8 lassen. Schmeiß wieder zurück, du Bären! Ja, du? 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 Ja? Ja, das ist gut. Oh, wie ich die diese Wolkenhasse Ja, auf das ganze Spiel schreit förmlich dann auch Ja Die wird noch so eine Seelöwe wechsnecken, du fettes Stück Einfach so, Alter Und es juckt mich einfach nicht VERRÄTTCH Alter, es ist, Alter Gott sei Dank Es ist, es ist drei Viertel, Alter Jetzt rauchen wir eine, schauen Treppen zu Wie die Pfosten auf und auf fahren Dann probieren wir es wieder einmal Mir steht das an, Alter Ja 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 Voll Da vorne ist ja der Checkpoint Wartet Sie mal Jetzt warte ich auf was Und zwar Jetzt geht das Spreidel wieder zurück Um Ich sechst das beim Wasserfall Weil auf das müssen wir drauf Wir warten bis es wieder zurück rumkommt Damit wir nicht nachher rumpassen müssen Das war nicht so gut Ich hätte es auch noch Stoppassen sehen Oh Gott Wir haben es geschafft Oh, Alter Jetzt habe ich gerade Achtel in tausend geeignet Aber mit so einem Schmack Danke für die Follower, Leute Jawohl Siehst du jemand da Oder Skaziel Oder was Was ist Wie Ist echt laut Ist jetzt ein bisschen leiser Ich rauche nur schnell Ausweisung Und da wird es jetzt wieder Richtig spannend Nein, Käppi Das ist kein Pinguin Das ist ein Schwinguin, Alter Und der wohnt da Wie du siehst Auf einer Insel Und ist fett Und zu wieder Ja, genau Um die Kurve Oder was Spiel mir jetzt Bayblade Oder wie Bayblade das ist ja nicht normal chaos flex danke für den follower jetzt kommt der kugel willi oder aber für die etwas anderen sorte oder das war jetzt schon so fast drei mäßig oder jetzt muss ja wieder oder uns bin einmal wiener schimpfst oder dann in der pf oder warum weil sie am song wer also das musste damals anbringen das muss nicht einmal schaffen dass die einfach selber verräumt was ist für die begrüßung oder was bist du oh ho 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 that war very nice 52 die zeit vergeht so jetzt erst die erste kommen los genau weil sonst geht es nicht aus momentan vorbei ist springen und dann doch um mich Wie seht ihr das? Profi-Magre. Wieso? Ich mag ihn. Ich hasse diesen Pinguin. Die Evolution hat so einen Dünn-S*** gehabt, wie sie den Vogel kreiert hat. Er kann nicht fliegen und der da kann nicht einmal schwimmen. Bester Teppert, zweimal hintereinander ein Tudelsau. Dämon, genau, acht Minuten durchhalten. Da bin ich aber gespannt, ob ich bei den acht Minuten bleibe. Ihr wisst, ich liebe euch doch. Alter, was du? Nein! Trattl, den habe ich jetzt schon langsam in den Dreh. Seitdem es so ist, Davros. Seitdem es so ist. Re-Vage, danke für den Fünfer-Sub. Oh, das war jetzt ein bisschen früh. Oh, scheiße, Alter. Ah! Ich habe mir gedacht, kurz warten. Es verschwinden die Wolken auch wieder, wenn ich draufstehe. Ja, genau, Alter. Das ist schon wieder... Jetzt scheitert es da die ganze Zeit. Also das Spiel fühlt mich die ganze Zeit. Nicht warten. Ja, Schei-Virus, danke. Re-Vage, danke für den Fünfer-Sub. Der Re-Vage schlägt vor. Kommst eigentlich weg, was? Wo aus Österreich kommst eigentlich weg? Schon großes Entertainment ist jetzt sehr deutsch geschrieben. Schlimmer, auf jeden Fall. Augen zu und Lauf. Welches Spiel ist jetzt ein schlimmer? Alte 4. Das ist wesentlich schlimmer wie Alte 4. Wesentlich. Autantie, danke für die 100 B- Oder klibt es fleißig, da kennt ihr? Ich werde gleich zum Kanonier. Hast du schon mal im Rage? Nein, ich habe noch nie... Alter, hallo? Man zerstört euch nichts im Rage. Prometheum, danke für... So Leute, das ist die letzte Möglichkeit. Derjenige, was nach dem Hype-Trail mehr auf dem ersten Platz bei Saps und Pizz aussteigt, die zwei, bekommen als Dankeschön die letzten zwei Fish-Bull-Size-Mond-Automatik-Uren. Ganz einfach. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt, wer sie bekommt. Re-Vage. So hältst du das gut, also muss ich schon sagen. Liebe geht raus. Und auch bei den Pizz, schaut es anscheinend gut aus für die Elisabeth. Level 2, 44%. Alter, ich habe das ungute Gefühl, der Hype-Train geht bis Level, weiß ich nicht wo. Aber halt immer schön zeitlos, dass ich ja weiterspielen muss. Dann schlafe ich heute nämlich extra gut. Alter, noch einmal. Alter, da ist Feier im Dringer da, Alter. Ich kriege einen Grant. Ich nutze... Ja, Philipp. Wenn du einmal wissen willst, wie man da hinten... Du fette Stück Sch***, du kleiner blauer F***, du wandelte F***, Geburt. Was für ein Pinguin kann ich nicht schwimmen? Ba, Alter, ich weiß schon drüben. Aber so schlecht wie der Philipp kann ich da gar nicht sein. Und jetzt hufe auf wieder! Na bitte, geht doch. Da ist der Philipp viel verzweifelt. Der ist da die ganze Zeit gestorben, weil er eben in die Messe reingelaufen ist. So, jetzt fliegt, du kleines, fettes Stück Sch***. Jawohl, er kann fliehen! Und zwar nach Hintertupfen! Ich sage jetzt nicht, er bleibt da steu... Und jetzt? Hallo? Ich wollte es mir jetzt aber nicht schälen, oder? Du bist so ein dummes Drecksviech. Level 2, aber 86%. Liebe geht raus. Ha, Lutscher. Revaged, 181 Pits. Liebe geht raus. Jawohl, die Steine, die Steine, die Schweine nahmen Steine. Jetzt läuft der... Ach Gott, ich liebe diesen flugunfähigen kleinen... Wirklich. Der ist wie so ein uneheliches Kind, Alter. Ich muss ihn lieb haben, damit ich seine Mutter sch***e kann, Alter. Wirklich, genau sowas ist der. Ich will nicht, aber damit ich zum Stich komme, muss ich ihn akzeptieren, den kleinen... Weil Kindern tut er nichts, außer mir am Zutzen gehen. Alter, das ist... F***, Alter. Prometheum, danke für 200 Pits. Out Andy, I Bims, danke, danke, danke für die Pidis. Jetzt läuft er wieder rein. Ich schlage noch, ich schlage noch. Hat irgendwer schon mal Bingoing gegessen, nicht? Es wird Zeit, dass wir den schon langsam einmal auf die Speisekarten setzen. Der muss doch irgendeinen Sinn haben. Wenn er schon nicht fliehen kann und der sogar zu deppern zum Schwimmen ist, dann muss er ja wenigstens gut sein für Chicken Nuggets, Alter. Wenn er sonst schon nichts kann, außer Sauerstoff verbrauchen. Der kleine... Alter, ich schwöre, Level 3 bis 7 Prozent, Alter. Dann immer, immer, es ist ja immer der Schluss. Ich hab's ja schon irgendwann im Urin gehabt, hab ich gewusst, wenn ich in der letzten halben Stunde mit dem Spielen anfange, spiel ich's wahrscheinlich länger als wie den vers***ten Siberian Train Simulator. Weil da gebt's euch wieder richtig Mühe mit Liebe da lassen, Alter. Oh, wie sehr ich diesen Pinguin hasse. Trotzdem brutal für... Ich sollte halt vielleicht einmal, Alter. Kompletter Rage. Gäbe, Alter, schreib nur zu viel. Wahrscheinlich muss der Schempel sein. Über 40... Ah, Salis, halt die Gauschen und spiel selber, bevor's deppert mitredst, Alter. Du hättest wahrscheinlich nicht einmal, Alter, vom Steg runtergebracht, ohne dass du 40 Mal stirbst am Anfang, Alter. Also du nicht deppert aufreden. Zeig mir lieber, dass du das besser machst. Alter, ich schwöre, das ist so sch***, Alter. Schau, entweder renn ich gleich in den vorderen Stein oder der hintere trifft mich. Jawoll! Geht doch, sag ich eh, aber glaubts mir nix. Ich brauch einen Shakepoint, was sonst drei gleich durch... Joa, wahrscheinlich. Glaub ich auch, bin ich gut in sowas. Ja, dann halt die Gauschen und renn nicht auf, Alter. Level 3 bis 7 Prozent, gleich vorbei, Alter. Ihr gestörten... Du willst mir aber jetzt schon provozieren, nein, du kleiner B***er, gell? Jetzt willst du das wissen. Weil jetzt schaffst du nicht einmal mehr die Todelaufgaben, Alter. Jetzt krieg ich gar nicht aufs Maul, Alter. Ich trau durch. Der Luke MCL möchte gebannt werden, glaube ich, gell, der Luke, kann das sein? Möchtest du gehen? Ich springt ja eh die ganze Zeit! Na ja, geht doch, sag ich eh, aber klein tut mir wieder keiner was. Aber jetzt wird spannend. Da gebe ich auch auf, das wird jetzt... mehr Sprinten. Ich hab's das eh gleich geschafft, Alter. Alter, Binguin am Spiess! Wer will's nicht? Du, kleiner, dreckiger Sausschädel vom Messersp... Gleis vorbei, eine Minute noch. Jetzt braucht es euch auch nichts mehr, Alter. Also, ich glaube, die Uhren werden schon... sind schon fix vergeben. Ich bin schwer davon überzeugt, dass die Uhren jetzt schon fix vergeben sind. 30 Sekunden! Gott sei Dank! Dankeschön, Leute, wieder für euren Support. 21, 20, passt, da brauchen wir gar nichts mehr, oder? So! Also! So! Ich wünsche euch natürlich alles Gute! Schlaft's alle gut! Danke, dass ihr wieder alle da wart! Morgen, 18 Uhr, Pflichttermin, Marc! slowed's geht! Bis zum nächsten Mal.